Dreht mal einen türkischen Film mit einem traurigen Ende. Kemal kommt nicht, das ist eine Falle. Lass dich sofort los. Schau mal, wer gekommen ist, um dich zu retten. Lass sie gehen, du kannst mich umbringen. Ich werde sie gehen lassen, aber vorher muss sie dich umbringen. Nein, ich kann das nicht. Du kannst das los, schieß. Nihan, mach was er sagt und rette dich. Nein, ich kann das nicht. Los, schieß. Nihan, ich liebe dich. Nihan, ich liebe dich.